Na also geht doch. Passend zum Wochenende spielt auch das Wetter mit und wir bekommen zumindest zeitweise Sonnenschein. Also natürlich mit allem, was jetzt Mitte Oktober dazugehört. Das ist mal frische Luft morgens mit Nebel, der sich bis vormittags hält. Und dann sind auch noch ein paar Wolken am Start. Aber es bleibt trocken und den Rest besorgt die Sonne. Die nämlich erwärmt die Temperatur bis auf 15 Grad. Also viel Spaß an diesem Wochenende.